Hey und alle Survivalistler draußen und willkommen zu einem, ja, zu einem Spielgenre, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, zum Horrorspielgenre. Wir haben hier das Spiel Vapor am Start, das ist ein Indie-Spiel und ich habe gedacht, okay, es wird vielleicht nicht so schlimm sein, aber wenn ich das jetzt schon lese hier, dass es für Epilepsie, Leute, nicht so schön ist und auch überhaupt nicht für Leute ohne 18, ähm, mit allen Prost Mahlzeiten, Leute. Ähm, ich mache mich auf schlimmste gefasst. Okay, den Gamesaut lasse ich laut. Na gut, nicht so laut, dass meine Ohren platzen bei jedem, äh, Gras, was weiß ich, Rauschen. Okay, ist das ein D-Effekt-Gras? Juhu, juhu. Hm, wie geht's los? Wie geht's los? Wow, nene, 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 nene. Die Sens- Die Sensitivität geht ja mal gar- Warte mal, dann will ich meine Maus hier runterstellen. Bup, bup. Ah, so geht's auch schon besser. Okay, sieht eigentlich gar nicht so scary aus. Ich frage mich, was man hier machen soll. Also bei Horrorspielen bin ich ja eigentlich eher so der Typ, dass ich da gar nicht rät, sondern eher nur horchen will, wo vielleicht die nächste Gefahr lauert. Oh, nene. Das hört sich schon mal nicht gut an. Ähm, ich hab schon lange kein Horrorspielen mehr gespielt. Slender wollte ich auch bald mal wieder machen. Ähm, aber das kam, glaub ich, grad das neu raus. Link dazu in der Beschreibung, die die selber zacken wollen. Ähm, wow. Och, scheiß voll schrecken. Ähm, ich bin mal gespannt, wie meine Reaktionen jetzt so sind bei den Horrorspielen. Ähm, äh, ich glaub, mein Hals wird gleich wieder wehtun, weil, wenn ich mich erschrecke, dann atme ich immer so übel schnall ein. Und dann tut mein Hals weh. Gut, da gibt's Grünes. Ich glaub, dort gehen wir mal hin. Können nur hoffen, dass es was Gutes ist. Und nichts Schlimmes. Oh mein Gott, Alter. Leute, ich habe keine Lust, mich so übel zu erschrecken. Kommst du doch hin. Ich hoffe, irgendwas machen hier. Nur laufen. Okay. Bis jetzt geht's ja noch. Guck, 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 guck. Komm so langsam mal. Oho, du, 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 du. Hallo? Komm ich an dich ran? Achso, jumpen kann ich ja auch. Oh, was machen die für erschreckende Abrutschgeräusche hier rein? Warte, ich bin stuck, oder? Ah, alles geschafft. Ich kann hier nicht laufen. Wow, wow. Wow. Holy Motherfuck. So, ähm, ich setze dieses orange Licht auch sowas, was ich einsammeln kann, weil das blinkt nicht so, das ist ja dauerhaft. Woah, was ist da? Woah. Woah. Oh Gott, sag ich. Was ist das Vers 싶? Sind das Wirbelsäulen mit im Gehirn oben drauf? Ah, ah, ah. Lade mit. Lade mit. Oh, Lade mit. Oh. Oh. Oh nein, ich will gerade nicht einen Rund ab. Oh, 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 oh. Und das ist wieder. Hände. Ich habe. Ich weiß nicht, wo steht denn hier jetzt? Was? Gut, kann ich mich kurz zur Ruhe lassen? Komm, Burst. Gut. Oh! Okay, die sind gar nicht so erschreckend eigentlich, aber weil die einfach nur so mal kurz auftauchen. Geiler! So, da hinten habe ich doch jetzt irgendwas Rotes gesehen. Oh, schon wieder was. So. Geht's da lang? Wo ist denn das Lichter zuhören? Hey, was geht? Ich geh mal hier hoch. Vielleicht haben wir hier oben was. Oder einen guten Ausblick oder so. Hm. Ist das eine Karte oder? Oder haben wir was? Na? Was hat er uns sammelt? Das ist Leben oder so? Hm. Ohne, war das, bin ich. Schneller. Oder? Ich renne gar nicht. Bin aber übelst schnell. Ich glaube, ich würde schon erschießen. Was ist denn das Grüne hier um mich rum? Was ist denn das jetzt da? Okay. Kann man die überhaupt gewinnen oder stoppen dann einfach irgendwann? Oh. 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 Ach. Wie ist das denn? Oh. Ne? Ne. was bist du für ein spiel was muss man hier machen das einfach mal runterladen und mal ob es vielleicht irgendwas grudeliges ist also bis jetzt nicht so wirklich also aber ich weiß denn da schon mal ein bisschen mehr erschreckt als bei den vier Jahren da eben gerade ich weiß nicht ob ich wieder zum feuer laufen vielleicht ich da was irgendwie aktiviert habe oder so naja ich guck jetzt mal hier noch ein bisschen rum dann gehe ich zum feuer die vier haben wir auch schon lange nicht mehr verfolgt was da los was da los habe ich irgendwie an so ein spiel wo man auch insofern oder was ist für die nachtel aber da hinten aber doch was neues gehen wir da mal hin so immer geradeaus immer geradeaus immer geradeaus da Was war das jetzt da? Okay, also das Zeug ist Leben, ähm, ja, gehen wir mal, wow, oh, der Baum, da ist ja schlecht, als ob der so mir entgegen kam, egal, auf zum Feuer, mal wieder, ich glaube, da kann man immer das nächste Objektiv holen, Oh, muss sehen, ich höre was nicht schönes, Oh, mein Puls, oh holy mf ist das das Feuer da oben oder ist das nicht hier aaaah rin 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 aaaaah das Gesicht aaaaaaaaah aaaaaaah aaaaack aaaaaaack oh geh ja weg AAAAAAAAACK geh ja weg holy f*** das Geräusch ja komm Gesicht wenn das gleiche kommt erschreck mich das irgendwann nicht mehr da Da hat er was rotes gesehen, das war glaub ich nicht das Feuer Nein, hier ist... Komm, 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 komm. Oh, das ist ein Checkpoint oder so. Ich muss einsammeln. Ich hör's doch schon wieder ankommen. Ah, lass mich nur. Oh, ist gut. Oh, 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 oh. Fuck. Oh, oh, oh. Egal. Jetzt ist... Diese eklige Stimme weg. Alter. Ich lasse mich jetzt hier hoch. Wo ist das nächste Licht? Oh, okay. Ich gewonnen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, meine Beine. Ich muss die ganze Zeit hier zittern. Oder einfach nur so aufstampfen auf dem Boden. Junge, Junge, Junge. Alter. Alter. Wow. Hör, hör. Du bist brauer. Wow. Super Speedtide. Oh. 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 Ja, da hin. Boah, was ist das denn jetzt? Super Speedtide, oder was? Ruhe. So. Oh. 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 Ich bin immer auch ein Arme hin. Oh. Oh. Ah, oh, oh. Ah, 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 ah. Oh. Oh. Oh, ich weiß überhaupt nichts. Oh, jetzt haben wir Formel 1-Splitzer. Nein. Oh, die Fester. Oh, das war es immer noch nicht. What the fuck? Holy fucking shit. Oh. Somebody can find us. Get some gun on. Was ist das hier? Oh! Was ist das? Oh! Ah! Ah! Oh! Rein! 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 Rein, Matzefuck! Oh, was ist das hier? Oh! Wo ist das hier? Wo ist das hier? Ja, das ist Feuer. Irgendwo rechts daneben war doch nur dieses Ziel. Oh, fuck off! Fuck nichts off, Anna! Das geht einfach als so zu Feuer! Fuck! 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 Oh, FV! Aber übelster! Hab ich das Blauteil jetzt nicht eingesammelt? Oh, was? Ich bin noch da! Oder? Nein! 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 Was war's? Oder bin ich gestorben? Scheiße! Oh nein, nochmal will ich es aber nicht machen! Na gut, das war mein kleiner Einblick in das Spiel Viper! Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr einen Downloadlink dazu, wenn ihr es nochmal selber spielen wollt! Ähm... Okay, also... Ganz so gruselig finde ich es nicht! Es ist für mich immer noch ein bisschen zu hell hier! Wenn es wirklich dunkel wäre und... Boah! Dann wäre es... Einige schlimmer, denke ich mal! Ähm... Na gut! Wenn ihr irgendwelche, was weiß ich... Horror-Tipps habt für mich, ähm... Also Spiele meine ich! Irgendwelche Indie-Spiele, es gibt ja... Zehntausende Horror-Spiele, die... Und... Gut, das war's dazu und man sieht sich wie immer... Im nächsten Video! So... 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 So...